Wir sind in meiner Höhle, die Steffisburg. Guten Morgen, guten Morgen Steffisburg. Hier bin ich im Kindergarten. Und das hier ist der legendäre Kniebrecherwerk. Die Kirche, auch ein legendärer Symbol. Das ist die Anlage von meinem Berg. Von einer Warmmasse. Mit Sonnenenergie gewinnt. Das sind eigentlich SVP-Wähler. Aber man hört und staunen. Meine Mutter hat gerade gesagt, was? Es braucht auch die Grünen. Ja, das weisst du. Der Klassiker, der jetzt renoviert wird. Und endlich eine Möglichkeit soll geschaffen werden, dass wir Thuner und Thunerinnen und alle unsere Gäste einen Grund haben, hier hinauf zu kommen. Spital Thun, mein Geburtsort. Meine Wurzeln. Echte Thuner. Schaut euch, die Stadträtin, die hier kommt. Kultur abgeleichtert. Allerdings fällt mir hier auf. Es ist vor allem ein bisschen Wasserwerk, Bierhüppeli, Dachstock. Ich sehe nicht mal Zmokka irgendwo. Also irgendwie, man merkt ein bisschen, es fehlt auch. Basel, Zürich. Die Thunerkultur. Definitiv. 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 Da muss etwas gehen. Sind wir uns da rein? In meiner Zillikmelle ist schon einfach irgendwie in einem Tal entstand. Also warum nicht Thuner Pusch als Wirtschaftsstandort. Standort Potenzial Heimer